Das Haus ist fertig, der Flur. Ja Leute, eine Lore im Schlafzimmer, das gibt es doch ja nicht, was hat das denn zu bedeuten? Und das zeige ich euch jetzt, was das zu bedeuten hat, denn das ist jetzt der Flur, der Flur, den ich gemacht habe. Also der Flur zum Schlafzimmer. Nun ja, ich meine in dieser Welt kann man sich das alles leisten, das ist wunderschön, man muss es nur 100% wollen und daran besteht die Kunst. Aber das habe ich hier fertig gekriegt und dadurch ist dieser Gang entstanden, hätte ich es nur zu 99% gewollt, nichts wäre entstanden. Ja, nichts, das ist die Kunst dabei und das ist halt etwas, das in dieser Welt ganz bezeichnend ist. Naja, wir werfen nochmal einen Blick zurück in den Gang und gehen die Treppe hinauf. Und hier, man soll es kaum für möglich halten, geht es erst ins eigentliche Haus. Aber das sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin, ich freue mich. Bis dahin, ich freue mich. Bis dahin, ich freue mich. Vielen Dank.